Hey Leute und willkommen zu diesem Video. Ja, der UPS-Mann war gerade da und hat mir endlich mein iMac in der 27 Zoll Variante gebracht. Bevor jetzt hier rum geflamed wird, wie ich mir sowas leisten kann, Leute, mit sparen geht alles, ich spare seit 3 Jahren auf das Ding, also gönnt es mir doch bitte. Das ist der iMac mit der 27 Zoll Konfiguration und zwar der 3,7 GHz Quad-Core i7 Prozessor, außerdem hat er 8 GB RAM, die Nvidia GeForce 680 MX und das 3 TB Fusion Drive. Wie man hier sehen kann, ist die Form ein bisschen verändert, wir haben das jetzt in so einer Triangelform, keine Ahnung, sieht für die nicht so schön aus, ich mag viereckige Boxen eher. Vorne drauf haben wir dann den iMac direkt von der Front in seiner Originalgröße, so steht er im Endeffekt dann auch da drin und da habe ich schon gedacht, Mensch scheiße, das Teil ist groß. Wir können das Teil dann ganz normal oben aufschneiden, wie es auch immer schon war, nur neu bei dieser Box ist jetzt, dass man das einfach nach vorne runterklappen kann und man muss es nicht mehr so doof da rausfriemeln, weil das war immer ein ganz schöner Kraftakt, wenn ich das in den anderen Videos richtig gesehen habe und das haben sie jetzt sogar verbessert. Oben drauf ist dann wieder die Box mit den Kurzanleitungen der Tastatur und natürlich der Magic Mouse oder den Magic Trackpad, je nachdem was ihr bestellt habt, da steht dann schön drauf, Designed by Apple in California, wir kennen das Spiel, das ist jedes Mal dasselbe. Machen wir das Ganze auf, sehen wir auch schon, dass dann rechts die Magic Mouse liegt und oben drauf die Apple Wireless Tastatur. Die nehmen wir jetzt einfach mal raus, die ist nicht spektakulär, ich kenne sie bisher noch nicht, ich werde sie mir anschauen, was das so ist. Dann haben wir noch die Magic Mouse, die habe ich bisher auch noch nicht benutzt, deswegen bin ich da auch sehr interessiert dran, ich weiß, viele von euch kennen sie schon, nur ich bin jetzt halt Neuling da drin und ich freue mich deshalb auch sehr. Dann haben wir noch die Kurzanleitung da drin, ohne Kurzanleitung wäre Apple auch nichts, wir machen die gerne mal auf und da drin haben wir dann einmal Hallo für den Mac, da drin steht dann auch nochmal iMac, dann haben wir noch Apple Sticker, natürlich und noch ein Putztuch zum Reinigen des iMacs. Da wir jetzt endlich mit dem langweiligen Kram durch sind, können wir uns dem iMac widmen, der ist in so ein Styropor eingepackt, wie es halt gewohnt ist, den macht man ab und dann sieht man schon wie wahnsinnig dünn das Teil ist. Es ist außerdem immer noch wahnsinnig schwer, also es ist nicht gerade ein Leichtgewicht, was man mal irgendwo mit hinschleppen muss. Unten haben wir dann auch wieder Styropor, in dem rechten ist in dem Fall dann das Powerkabel, womit man den iMac dann ans Stromnetz anschließen muss. Des Weiteren ist der iMac in so einem Stoff eingewickelt, was wir auch erstmal abmachen müssen, dafür haben wir auf der Rückseite so einen Siegel von Apple, was wir dann durchbrechen müssen. Und dann können wir auch das ganze Zeug nach oben ziehen, sodass wir den iMac von seiner Rückseite her zumindest schon mal sehen. Jedoch ist es so, dass wir dann noch viel, viel Plastik haben, was wir vom Display wegmachen müssen und das überspringe ich jetzt ganz einfach mal, weil es total langweilig ist. Dann können wir uns den iMac, wie er ist, schon mal so angucken. Man sieht, wenn man es jetzt dreht, es ist an der Seite wirklich extrem dünn, was eigentlich nichts bringt, weil man es von der Seite eh nicht sieht. Dreht man es dann weiter, merkt man, es ist eigentlich fast so dick wie der alte iMac, nur dass es jetzt eine sehr aggressive Rundung hinten dran hat. Ich finde, das sieht nicht schlecht aus, vom Design her ist es wirklich sehr gut und die Rückseite natürlich ein Apple-Logo und die ganzen Anschlüsse. Unten links haben wir den Kopfhöreranschluss, dann einen SD-Karten-Schlitz. Die Anschlüsse sind alle ein bisschen schief, da musste ich mich auch erst dran gewöhnen. Dann haben wir noch vier USB 3.0-Ports, zwei Thunderbolt-Ports und einen Ethernet-Anschluss. Unter dem Standfuß haben wir dann einmal den Lüfter und was für viele wichtig ist, den Schlitz zum RAM-Upgraden. Da unten an dem Powerkabel ist so ein kleiner Knopf, da geht das dann auf, aber genaueres werdet ihr dann auch noch in einem Video von mir sehen. Auf der linken Seite noch den Powerknopf, der diesmal ein bisschen eingerundet ist, damit man ihn besser trifft. Außerdem wurde das neue Powerkabel redesigned, es ist jetzt ein bisschen schräg, damit es einfach besser durch die Öffnung in den Standfuß passt. Wir machen das Ganze hier rein, das ist der alten Powerkabel, es ist nur jetzt besser an die Rundung angepasst. Dann war es das schon von mir zu diesem Unboxing, ich hoffe das Video hat euch gefallen. Ihr könnt mich gerne abonnieren, wenn ihr die nächsten Videos zu dem iMac noch sehen wollt. Da kommen jetzt relativ viele. Hier in dem Bild seht ihr nochmal, wie der iMac jetzt angeschaltet und zusammengebaut. Naja, zusammengebaut ist er ja wirklich nicht, aussieht. Ansonsten bedanke ich mich wie immer fürs Zusehen. Wir sehen uns im nächsten Video über einen Kommentar oder ein Like, würde mich freuen. Bis dahin, ciao!